Hallo ihr mein Küken mit rechts auf den Kronen auf unserem Rossi-Kanal und zum kleinen Snuffing-Game. Heute finden wir zusammen Elmos 3, The Last Chapter. Vorab natürlich noch ganz herzlichen Dank an uns unterstützen, ohne die das hier gar nicht praktisch verwehren. Vielen Dank, Freunde. Ganz unten stand der E-Games, die Gamers. Play-Game, extra 10-0-Bone. Play-Game. Hard shit, ja geh fort. Und da noch mit Tee. Hard mit Tee. Dalmo. Nice. Von dem Entwickler hab ich doch schonmal was zu spielen. Wo man einfach nur draufklicken musste. Oh, Laserbeam. Oh, Laserbeam. Oh, äh. Also wenn ich die Musik schon höre, dann wird's mir schon Angst und Bange. Wissen Sie ja. Von dem hab ich doch schonmal was gespielt. Wo man einfach nur draufklicken musste. Äh, 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 äh. Da war auch die Nacht, da ging auch die Nacht so lange. Genau mit diesen hier. Der ist ja mal am Fenster gewesen. Elmo. So. Remember, right? Aber wenn ich die Musik höre, Leute. Da könnten wir ja mal her. Vielleicht ein Video nur für Mitglieder. Weil, wie da unerlaubtes Material benutzt wurde, man weiß es ja nicht. Bei uns nicht zu tun, um zu tun, was genau zu tun. Ein Ding, das ist ein Ding. Wormen mit. 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 Bная. Wormen mit. oder blaue? WHAT?! Ich hab da nur ein Sub-Dank gebraucht! Ihr habt doch gesehen! Er war ja weggebeamt! Ja, für was hab ich das Teil, wenn's nicht funktioniert? Und halt, ist kacke, ist halt das hier kein No! Ja, hart schick hier! I don't understand it! Prost, ne? Okay! Warum, warum, warum hat er mich jetzt hier gejumpelscared? Warum? Warum mache du das? Keine Ahnung! Ja, das wird aber dann kurz das Unterfangen! Wer dann nämlich meint, er kann mich hier verarschen und trotzdem jumpscaren, obwohl ich ihn hier hinter Laser habe! Oh ja! Dann hörst du dich aber aus, die Maus! Meeeeeen! Meeeeeen! Er kommt! Er kommt! Er kommt! Er kommt! Ja, aber noch kommt er nicht! Aber der, 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 der blue one is coming! Er kommt! Also, das kannst du dir nur noch... Ich muss mir vorstellen, es ist immer noch 12 Uhr! Die Nächte sind too long! The nights are too long! Like your other games! Ich hab's mir letztes Mal schon gesagt, bei seinem Spiel, dass seine Nächte zu lang sind, er sollte ein kleines bisschen kürzer machen! Was? Was? Hard shit? I don't understand it! What the hell? Oh, what the... Ha? Hard shit? Bang, bang! Warum? Kein Mensch weiß es! Wisst ihr es? Vielleicht hab ich Glück, mehr Glück beim Hard shit! Es sind ja zwei! Aber es kommt ja keiner! Was jetzt daran hart, doch er kommt! Der eine steht da oben! Und einer steht da unten! Hm! Hm! Ich könnte ja das auch geschlossen halten! Wer ist der? Leute, ich konzentriere mich dann auf eine Musik und nicht auf 10 verschiedene Titel. Es kommt aber keiner. Komisch, hier geht's. Da geht's bei Hard Shit. Er guckt aber nicht. Aber schau. Jetzt funktioniert es. Warum funktioniert das in der normalen Nacht nicht? Ich habe immer noch eine Uhr. Wenn du zwei Liter gleichzeitig am Start hast, dann wärst du ja blöd in der Birne. Also was jetzt daran hart sein soll, das weiß ich halt auch nicht. Das ist auch nicht viel mehr wie, also mehr. Wenn ich sag mehr, viel mehr wie, dann mach ich viel mehr. Ja, wo ist jetzt die Elmo Knellmo? Die Ibelknebel für Arme. Ich spuck schon auf meinen Laptop. Joha, ja. Leck mich doch an der Chiquiwara. Warum tut er mich Jumpscaren? Leute, wenn ihr das wisst, warum er mich Jumpscaren tut, dann müssen wir das auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben. Weil ich weiss es nicht! Game by NoFXOB Soll ich es mal probieren oder nicht? Extras Shadow Mode Wir gucken mal beim Shadow Mode rein Was soll der Shadow Mode überhaupt sein? Was soll der Shadow? Was ist der Shadow? Wo ist der Shadow? Der Shadow Mode Blöde, das Musikmischmasch durcheinander köhnt Was soll der Shadow Mode sein? Aus, aus, Ende vorbei! Freunde, das war Elmo's 3 The Last Chapter, hoffentlich! Wir bedanken uns für euch fürs Zusehen Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet auf unserem Rosti-Kanal Bitte bewerten doch das Video Schreibt was in die Kommentare Aktiviert den Glocke und fahrt da noch kein Abo ab Einmal nur aufs Kürbchen drücken Presave-Button, nicht Subscribe Ansonsten für dieses Leben Habt Spaß miteinander, verhause nicht Bleibt gesund und passt wieder auf den Kauf Wir sagen Schönen mit den Höhlen, Fingern mit den Rosti Euer Sam Teddy The Minion Der Rest der Asselbande Und der Rosti-Mann Take your good bye Good night